so haben wir wasser bekommen ja ein wasser das weg mary jane is rather sick timmy is very hungry this morning has been calm for dead okay timmy hat hunger go keine entscheidung zu treffen oh was soll ich was jetzt sagt man was soll ich nutzen waffe oder waffe oder axt was soll ich nutzen we have a situation on our heads there is a group approaching our shelter and it seems an occasion friends scavengers need okay this is a terrible time for humanity of if kent's hips is enough to turn us into monsters okay wie wollen wir uns verteidigen waffe oder axt wie wollen wir uns verteidigen waffe waffe sagt die chrisis emma was hast du dazu vielleicht meinung emma noch eine meinung die waffe soll es sein sagt ihr die waffe die waffe 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 ich nehme die waffe ne oh du hörst schon die schüsse okay die waffe hat es anscheinend gebracht it is not surprising that a few shots were enough to send the cowards running okay uh we can spare some water mary jane has been asking about it all day timmy should eat something ted is hungry okay wasser essen essen wasser nehmen wasser essen wasser essen okay wasser essen wasser essen timmy war das mit dem essen oder ne moment das war falsch axt ah schade äh timmy wollte was essen ja 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 passt so passt so wir können ted könnten wir rausschicken aber das geht halt nicht das problem ist wenn wir ted nicht rausschicken kriegen wir keinen verbandskasten aber ich kann ted nicht rausschicken das ist zu viel zu gefährlich okay wir machen natürlich das radik wieder an aber unbedingt hmmm dauert etwa 30 sekunden ist der delay leider das ist bei twitch braucht immer so 30 sekunden um um die um das zu verarbeiten deswegen versuche ich immer möglichst früh anzukündigen und in derzeit was zu sagen und manchmal gucke ich auch einfach zu spät drauf ja der delay liegt bei ungefähr 30 30 sekunden ist blöd twitch braucht diese verarbeitungszeit um es dann auf ihren server zu bringen ist blöd aber kann man nicht ändern kurz mal haare schön machen gut auf geht's ah we were able to get a weak signal aren't there any drugs to give to mary jane nein leider nicht timmy geht's sollte was trinken okay timmy sollte was trinken ich würde euch gerne heilen aber es geht nicht hm das heißt dann muss ich den vater wirklich immer rausschicken aber wie gesagt da wäre die runde vorbei das wäre blöd aber so rennen uns die kinder weg das bringt auch nichts timmy und troller rennen dann weg das ist scheiße dammit we missed our chance to let the military know where we are wir hatten keine karten um das signal zu setzen oh mary jane is feeling self okay timmy is okay tat geht's gut ja wie lange noch nicht mehr sehr lange vermutlich okay there we were oh mary jane hat geburtstag und wir haben kein geschenk für sie wir können den nicht schenken dramatisch dramatisch ja ist leider nervig aber man kann es nicht ändern das ist echt blöd und klar ich möchte natürlich dass ihr hier mit entscheidet weil dann macht es euch auch mehr spaß aber man kann das leider nicht ändern es gibt auf hitbox dem alter die alternative zu twitch soll das ganze schneller gehen aber soll der delay geringer sein aber ich bin dort bei twitch tja mary jane is too old for birthdays that's what we think ja eindeutig zu alt um geburtstag zu haben we should get mary jane something to drink extra blanket oh god oh god oh god ted wishes for water ich glaub ich fang nochmal an zu rationieren ted können wir nicht rausschicken immer noch nicht zumal oh zumal Wo bist du? 4 neue Wasser! 4 neue Wasser! Ja, die Axt habe ich genommen. So, how about getting Timmy something to drink? He is not looking well. Ted looks like he's got one foot in the grave. He needs to get a drink right now. Okay, wir haben jetzt nicht wieder genug Wasser. Hier, wir haben jetzt Wasser ohne Ende. Da können wir noch mit Wasser prassen. Rausschicken. Können wir niemanden? Mehr Versorgung für die anderen! Ja, Gott sei Dank! Und herzlich willkommen, Joka! Schön, dass du da bist. Ja. Jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Ration. Ration, das ist ganz gut. Das ist sehr gut. Oh nein! Schaben! 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 Kurz mal auf das Handy gucken! Jawoll, ja! Sieht gut aus! Also! Schaben, Schaben! Schaben, Schaben! An Schaben können wir uns nicht laben! Nö! Timmy ist ziemlich sickly! Keine Probleme! Ich hab nix! Ich hab doch nix! Ich kann Ted nicht rausschicken! Die Wastelette ist full of surprises! Like this man on the other side of the door! Knocking and claiming he is willing to offer a lot for decent ammunition! Ich brauche! Ich muss das machen! Sonst kriege ich keinen Verbandskasten! Und ich brauche einen Verbandskasten für Timmy! Ist Timmy noch da? Timmy ist noch da! Okay! Aber wir haben nichts neues bekommen, oder? Okay! Ach! Wir haben ne Suppe bekommen! Timmy should eat something! Und Ted hat auch Hunger! Gut! Dann so! Ted kann man nicht rausschicken! Nee! Nee! Tag 25! Gambling is a terrible habit! What kind of example is that to the kids? We need supplies, but we are not getting them like that! We'd sooner rob someone! We send that man away! Good riddance! Okay! We can't leave Timmy without water for too long! Wir wollen beide was trinken! 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 Go! Können Ted immer noch nicht rausschicken! Aber ich brauche ihn zum rausschicken! Pancake came back! Oh nein! Pancake! Ich kann... Och Mann! Gib mir den Verbandskasten! Ich wollte Pancake wiederhaben und wir können Pancake nicht helfen! Scheibenkleister! Jetzt ist Pancake weg! Dreck! Dreck nochmal! Timmy ist noch da, aber Pancake ist weg! We didn't think anything could be worth the clear bump chopping on our heads! We were wrong! We buried Pancake! Pancake ist tot! Aber jetzt ist Pancake weg von seinem Leiden erlöst! Na sie habt! Ja! Pancake ist tot! Leider, leider! Despite the dire second senses, all will shabbling and go and tap! Timmy is very brave! Okay! Ted is fine! Na gut! Immerhin! Könnt nix machen! Truller ist weg! Ted können wir dich rausschicken! Das hat nämlich Mutti gerne mit, weil ich denke wir zwei Erwachsene haben! Was ist Pancake? Pancake ist ein Hund! Der Hund, den wir mal in einer, beim ersten Stream mal gehabt haben, ist so ein Hund, der setzt sich daneben, das ist so ein, ich weiß nicht, Golden Retriever! Den kann man hier reinholen! Der hilft nicht wirklich, aber der sieht doch toll aus! Ist so ein Knuffelhund! Knuffelhundi! So! Damn! We missed our chance to let the military know where we are! Ja, wir haben keine Karten, verdammte Axt! Wir haben noch nix! Wir können auch keine rausschicken! Was sollen wir denn machen? Ah! Timmy's sickness is getting wet! Timmy haut bald ab! Dann geh halt Timmy ohne Axt! Timmy didn't say a word! Oh ja! Wir müssen auf jeden Fall seine, äh, seine, sein Bein abschlagen! Timmy's Bein muss weg! Timmy ist wieder gesund! Und... Timmy ist wieder gesund! Yay! Wir können Timmy rausschicken! Wuhu! Oder? Axt ist tot! Ja! Timmy was very brave about the idea cleaning his wound with a heated axe blade! It was a bit painful, but it was soon over! The axe is in no shape but to be used again! But Timmy seems much better! Timmy geht's gut! Yay! Timmy prefers apple juice! Aber will was zu trinken! Timmy was cured! Timmy has rested! Ted needs water! Meine wollen Wasser! Haben wir doch! Und Timmy geht's gut! Wir können Timmy rausschicken! Eindeutig! Timmy raus mit dir! Du Sack! Raus mit dir! Du Sau! Jetzt bin ich wieder glücklich! Go! Go! Next thing you need to report! Ted is not complaining! Wuhu! Keiner will das! Timmy geht raus! Bring mir Verbandskasten! Bring mir Spielkarten! Bring mir alles! Alles bitte! Tag 30! Hallo Wombi! Schön, dass du auch reingeschaut! Dass du auch reinschaust! Das freut mich! Ted says there is nothing to worry about him! He is okay! Ted geht's gut! Oh! It turns out Mr. Freeman, the physics teacher at Timmy's school was right! 1 plus 1 does indeed make 2! In our case it's 2 and more Cockroaches! Ja komm! Wie Cockroaches! Die böden Schaden! Den knallen wir mal ne Ladung ins Gesicht! Tag 31! Nase juckt! Go! Ted's stomach is rumbling! Ted will Wasser! Will was trinken! Glorious day! The... Ah! Wir haben sie getötet! Gut so! Ted wollte was trinken und was essen! War das richtig? Ja! Wir haben's ja! Wir haben ja genug! Ne? Hahaha! Du weißt doch! Bom, wie Mittwochs 18 Uhr streame ich immer! Mein Offline-Banner ist letztendlich mein Kanal-Banner, wo ich drunter stehen habe! Bin leider offline! Und oben steht dann in der Ecke, wann der nächste Stream stattfindet! Das ist mein Offline-Banner eigentlich! Ähm! Ja! Aber... Ja! Schade! Aber jetzt weißt du wie es aussieht! So! That radio of ours has been silent for the past few hours! We need our news! We need our music! So! Ja oder nein? Ja oder nein? Wollen wir... Sollen wir hier mal, ähm... Wollen wir mal so ein bisschen an dem Radio rumspielen, ob das bis es funktioniert? Sagt was! Ja oder nein? Ich trinke jederzeit mal einen Schluck meines leckeren Getränkes, das sich auch Wasser nimmt! Nö! Diesmal habe ich, äh, mal in die Vollen gegriffen und, äh, Wasser mit Sprudel genommen! Aber mit wenig Sprudel! Es ist ein, laut Ausschrift, ein sanftes Wasser! Es ist sanft zu mir! Sanftes Wasser! Ganz wichtig! So! Yo, yo, yo! Yes, yes, yes! Okay! Alle sagen, yo! Sollen wir machen! Ich trinke noch kurz, äh, mein Wasser auf, äh, not verdurstigen und dann gehen wir weiter! Gehts weiter! Mein Wasser ist gebufft mit Kohlensäure 2! Tag 32! Oh ja! Socky ist wieder da! Hallo Socky! Dies freut mich ja! Tat has gone crazy! Woho! Das ist ja nichts Neues, ne? Dann hoffen wir mal, dass Timmy wiederkommt! Oh! Oh, oh, oh! Was ist jetzt los? Ach, wir haben mal wieder ein paar Freunde eingeladen! Ja, aber Freunde, diese Party ist keine Party! Das gibt's auf den Sack! Go, go, go! Einen auf den Sack! Tag 33! Ja! Hat's was gebracht! Ted ist fein! Okay! Ted geht's gut! Und... Okay! Das hätten wir auch! Ich liebe die Musik von Sexy Seconds! Das ist so ne Musik, die kann man endlos hören! Ich find das geil! Timmy should... Oh nein! Timmy kommt nicht wieder! Timmy should have returned by now! We need to face the worst possible scenario! He might not be coming back! Ja! Jetzt sind wir wohl alleine! Armer, armer Timmy! Sieht schlecht aus! Sieht gaaaanz schlecht aus! Where's the water when Ted leads us? Ja, Ted hat jetzt erstmal genug für sich alleine! Können niemanden rausschicken! Tag 35! Ja, dann wird Ted wohl durchdrehen! Was zu essen braucht er nicht? Was zu essen braucht er nicht? Rausschicken können wir ihn nicht? Oh! Who you would expect the post-apocalypse to be a time of peace and quiet! Since, you know, most of the people aren't around anymore! Yet, here we have someone at the door! When we open it... Okay, er will ein bisschen Wasser! Wir haben ja momentan genug für Ted alleine! Der kann das gar nicht alles trinken! Ähm, der kann verrückt werden und dann rausrennen aus der Geschichte hier! Und das ist ziemlich unlustig, weil dann ist der Bunker halt... Haben wir halt verloren! Wir haben ne Gasmaske bekommen! Ja geil! Da wir nie wieder rausgehen, ist das ne geile Sache! Nicht! Okay, Ted geht's gut! Ich will auch Kuchen! Krieg ich Kuchen? Kriegt mir jemand Kuchen bitte? Kuchen! Kuchen bitte! Kuchen! 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 Kuchen bitte! Ted hat Durst und Hunger! Pok! Talk! We are about to sleep when we heard someone knocking at the door! Oh nee! Das lassen wir sein! Das kennen wir schon! Dann werden wir hier ausgeraubt und äh... Nee, nee, nee! Freunde der Nacht! Nee, nee, nee! Kennen wir schon! Lassen wir sein! The banging stopped after a while! Ted is acting normally! Sometimes his behavior is pretty disturbing! Ja! Ja! Du hast recht, Chris, wir schicken ihn raus! Schlimmer kann's nicht werden! Okay! Oh! One of the cupboards on the shelter was a bit shaky! So we pulled it and give it a new home! In the progress we discovered a door! Wir nehmen natürlich hier mal die Taschendampe! Nee! Timmy ist das! Timmy kommt hier von alleine wieder rein, glaube ich zumindest! Wüsste ich nie! Hallo, Yoka! Vielen Dank fürs Folgen! So! Wir haben eine neue Karte bekommen! Okay! Ted's mental health worries us all! But we won't know how to help him! Gut! Dann schicken wir Ted jetzt raus und starten wahrscheinlich gleich eine neue Runde! Gut! Ne! Ist jetzt... The End! Es ist leider automatisch so! Sobald keiner mehr im Bunker ist, ist der Bunker weg! Ja! Kennen wir ja schon! Hm! Tja! So! Hübscher Alert! Ja! Ich mag meine Alert! Gut! Gibt es denn eine neue Runde? Ist auch nicht schlecht! Ich meine... Es hat ja nichts gebracht! Es ist... Ich mag sie! Ich mag es... Es wird...